Hallo, willkommen und willkommen zu meinem kleinen großen Metafucka zu, die Verfolgung der Verwesen überrisse und sterben nichts, Folge 141 und Nehemaufgabe, Folge 78, 141 habe ich richtig gesagt, ja, ich, bei der letzten Folge, also, heute, gestern, scheiße, und ich, und ich habe gesagt, ich, äh, nehme das heute auf, also, Samstag, jetzt haben wir schon Sonntag, ich möchte mal gucken, wie es bei The Following aussieht, was wir da für Zeiten haben, 27 Stunden, 54 Minuten, 9 Minuten, okay. Dann machen wir direkt auf Fortfahren, wir können das Spiel leider, so wie ich das, ähm, nachgelesen habe, das Ende können wir nicht, oh, what the fuck, warum ist das jetzt da, ach, nö, ach so, stimmt, ich habe, äh, vorher, ähm, sag mal schnell, hm, ich habe mir die, ähm, Zuerst, was ich sagen wollte, ich bin jetzt komplett verwirrt, also, bei Dying Light The Following, wollte ich ja unbedingt das zweite Ende nochmal angucken, wie das so aussieht, jedoch, jedoch, ist das, ist das das Problem, das, ähm, bei dem, ähm, bei dem DLC, also, dass man das Spiel, also The Following nochmal ganz durchspielen soll, ja, das werde ich natürlich machen, machen, warte mal, guck mal, das kann man sogar machen, ne, hey, dann brauche ich das gar nicht, warte mal, dann brauche ich das gar nicht, gut, das, ähm, speichere ich mir, im Kopf, machen wir so, okay, äh, wir machen hier auf weiter, ähm, ich habe nachgelesen, dass man das Spiel, also The Following, dann beim zweiten Ende nochmal leider, ähm, bis zum Ende spielen soll, jedoch, so wie wir das gerade gesehen haben, brauchen wir das gar nicht, super, ich habe, also, das zweite war, ich habe, ähm, die ganzen Dokumente auch geschrieben, welche ich habe, auch bei The Following, auch mein schön A4, A4 Blatt ist das glaube ich, ne, oder, A4 Blatt, ne, je größer das, ne, A3, je größer das, ähm, je, je kleiner die Zahl, umso größer ist die, grüße, ja, komplett, okay, ich habe mir die ganzen Dokumente auch geschrieben, von The Following und dem Hauptspiel, und ich habe nachgeguckt, wo die sein, kann, äh, wo die sind, und ich hoffe, ich habe alle nachgeguckt, und, ähm, mal schauen, wie lange das dauert, und, äh, bei dem letzten, bei der letzten Namequest weiß ich leider immer noch nicht, wie es da aussieht mit den, ähm, 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 sorry, mit dem Spiel, ne, hä, was für ein Spiel, was zum Fick, rede ich denn da wieder, so, ich kann euch ja die, ähm, da, uns fehlen uns, uns fehlen uns eigentlich, also, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück, neun Stück, ähm, bin mal gespannt, wo das sein könnte, so, So, der erste ist in der Nähe, das war nicht leider in so einer guten Qualität, allerdings gibt es das hier bestimmt irgendwo zu finden, ein Flüchtlern ist, ne, das ist das nicht, weiteres Flüchtlern ist, ne, okay, äh, hier ist ein Flüchtlern ist, ne, ich glaube, das ist hier oberhalb, ne, ja, da, okay, äh, Also, hier in der Nähe, also, gut, dann gucken wir mal, äh, wir brauchen auf jeden Fall das Auto, leider, 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 leider ist das dann so, ist, ist jedoch nicht schlimm, äh, ich habe auch viele, so wie ich gesehen habe, vergessen, ja, leider ist das so, jedoch nicht schlimm, so, So, um, erst habe ich das Licht anlassen, Nicht abharken können, Ich glaube, ich habe wirklich nicht alle, ähm, Rennen gemacht, ich hoffe schon, Jedoch, so wie es aussieht, ne, Ne ist ne, Mit dem Auge ist ein bisschen besser geworden, trotzdem, fuck das ab, ich war gestern mit dem Frendo, ähm, schwimmen, ich habe schon vergessen, wie das da heißt, im Salzberg, Salzberger See oder so, Ich habe mich so gefragt, warum heißt der das nicht, also, das Schwimmbad, obwohl das nicht in der Nähe vom Salzberg ist, ne, An sich, äh, war das nicht schlecht, da gab es, ähm, ein Solebad, ein, ähm, Sportbad, Und draußen gab es noch, ähm, Wie nennt man denn das nochmal? Boah, auf jeden Fall, äh, war klar, Ein, Sportbecken, also dort gab es, äh, ein Solebecken, da gab es ein Salzbecken, Sauna gab es da, Hilfe, Sie kommen, dieser heilige Ort ist in Gefahr! Sauna gab es da natürlich auch, ne, äh, Bei der Sauna waren wir nicht, weil, Sauna brauchen wir nicht, ne, Fahren wir eigentlich hier schon den Weg entlang? Ja. Na ja, warte, Schauen, wie weit wir kommen können, und, Ähm, was war beim Solebecken noch, da waren, ähm, Irgendwas mit Krupp, nicht, ich glaube, Nichts, ich glaube, Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Egal. Irgendwas mit Kristallen oder so. Irgendwas mit Krupp, nicht mehr. Wo ist mein Auto? Ich gehe mal weg. Was wohl nur bei mir, äh, Bremsbecken, hab ich gesagt. Oh mein Gott. Und ich bin tot. Das war gut, ne? Dann gab es mal diesen Sportbad. Also, ähm... Nicht so ein Sport... Hieß es, der Sportbad? Nein, das ist schon lange her, seit so gestern, ne? Ach, ne. Ich habe hier doch noch, ähm... Mein Rasierer, meine Sicherer, mein Hochleistungsmachete. Was kann man denn damit machen? Ich glaube, die einen Sachen, die wir... Können wir noch nicht machen, ne? So eine Scheiße. Nur Abholen, naja. Nehmen wir die auf den Sack und verpissst, halt. Und wenn du so ein Sportbad... Ey, willst du mich verarschen, ey? Okay. Na nochmal, bei diesem einen Sportbad gab es, ähm... Eine, ich weiß jetzt nicht, wie hundertprozentig, wie das heißt. Allerdings gab es ein... Ein von drei Meter Sprung dritt. Dann gab es, ähm... Vier... Vier Meter Kletterwand, ne? Wobei, die ist das richtig im Kopf im Moment. Oh, ich habe keinen Bock. Ne. Kommen wir uns lieber um... Das, was ich aufgezeichnet habe. Dann gab es, äh, Kinderbecken. Ein, ähm... Normales Becken. Und da können wir natürlich nicht hoch. Jedoch können wir nach rechts. Nicht, dass wir wieder nach links fahren, ne? Natürlich geht es da nicht weiter. Dann, äh... Gab es dann noch ein, ähm... Ein normales Becken. Aber für Nichtschwimmer und für Schwimmer. Also, 60 Zentimeter, zwei Meter, tief und vier Meter tief. Natürlich auch wegen den Dreier, ne? Sprung dritt. Hm. Was ist denn los, alter? Und, ähm... Gab es hier nicht irgendwo so ein Sprung dritt? Obwohl man nach links springt, oder? Ist ja gleich hier in der Nähe, ne? Ja. Whee! Ah! Hm, was gab es denn denn noch? Und da gab es noch eine Offenanlage. Da gab es eine Rutsche, ein Sportbecken und, ähm, noch was. Allerdings konnte ich das nicht erkennen, und dann irgendwie kann es auch nicht definieren. Also, Lay in jail. So. Äh, wieso parke ich hier? Alles klar, Heimbeer. Ähm... Wollt Sie etwas kaufen? Ähm... Ja, an sich hat es dort Spaß gemacht. Ähm, es war wieder toll, dass ich... schwimmen konnte. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass das mit den Schwimmen... Ja, äh... Echt, äh... Will ich jetzt hart sagen? Echt gut war, fand ich. So. Also hier ist das, hm. Ein Friend hat es auch gefallen. So. Äh... In der Nähe der Scheine. Äh... Wo ist das denn? Hier bestimmt nicht. Hier. Ich habe nur ein Foto gemacht. Ich weiß nicht zu 100% wo das ist. Und habe auch geschrieben... Äh! Ich meine, ich habe auch geschrieben, wo das sein könnte. Im Keller, glaube ich, war das. Ja, das ist falsch. Was ist denn da draus los? Äh... Ach, das habe ich schon. Was auch immer das war. So, das zweite ist die Poststelle gewesen. Die Poststelle war ja... Hier. Nur was ich doof fand, beim... Bei dem Schwimmbad, da kamen irgendwann, ja, Kinder. Und boah. Egal wie ich gesprungen bin, oder... der Friendly ist auch gesprungen. Finde ich immer noch toll, dass du es gemacht hast. Also, falls du das hier mitguckst. Und, äh... Ja. Fand ich schön. Dann auf jeden Fall... Ähm... Ich glaube, das war hier, ja. Äh... Die haben dann immer so... Boah, krass. Und boah, geil. Und ich habe eigentlich nur... einen Handstand gemacht. Sozusagen... Also, ein Salto nur mit zwei Händen, ne. Das war es dann eigentlich. Okay. So, also, ich war das nicht schlecht. Nur, ähm... Ob ich da nochmal hingehe? Joa, kann Kököme machen. Da gab es allerdings wenig Abwechslung. Und was es dort auf jeden Fall gab, gab es Matten. Also, es gab Matten. Das... Das fand ich cool. Also, für Kinder sind wir so cool. Und da gab es ne... Wie hat er das genannt? Ne Bandane oder so? So. Ich habe mich schon gedacht, dass... Das bei dem Post... Bei dem Posthaus einiges vergessen hat. Nun ja, ist ja nicht schlecht. Hm. Was gab es da noch? Da gab es ja diesen breiten Sohlebecken. Und, ähm... So einen schönen Raum gab es dort. Einerseits sollte man A, trocken reingehen. Und B, äh... Mit einer Handtruppe. Also, so Saunamäß ist da, ne. Bei Sauna natürlich Schleppbein, ne. Ähm, ja, da haben wir allerdings von Anfang an gesagt, ne. Hab keinen Bock auf Sauna. Und, ähm, es hat dort 11,20 Euro gekostet. Also, das Bambi-Packet. Da ist Sohlebebs inbegriffen plus, äh... Nein, war ich schon mal hier? Das von mir gar nicht bekannt war. Ach so, doch, doch, doch. Hier war ich. Hier war ich. Hier war ich. What the... Ja, aber was ist denn da draußen los? Boom, bam, boom. What the fuck? Ich fahr' mal weiter weg, ne. Ja, Moment, hier ist das doch. Any dead? Leer. 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 Ich sterbe. Ich sterbe. Ehh, so ein Schiss. Ähm... Seiler Seebad. Ja. Was ich, äh, dort doof fand, was ich auch gar nicht gecheckt hab, ähm, dort war eigentlich, äh, verboten, dass man selbst trinken mitnimmt und essen. Jedoch hab' ich gesehen, dass es dort viele gab, die welche ihr Essen mitgenommen haben und ihr trinken. Und ich so, hä? Was hat das denn für'n Sinn? Und ich wurde, glaub' ich, angeschnauzt genau, weil ich halt den, äh, Jungs, also den Teenagern meine Meinung gesagt hab. Das fand ich auch blöd. Die haben sich eigentlich unmöglich benommen und ich krieg den Denkzettel. Naja, das ist meist drauf geschissen. Die Scheißschild brauch' ich nicht. Ich kann mich überhaupt damit herstellen. Lämmener Scheißschild, auch. Komm, mir ja gar nichts machen. Also fein bisschen. Ja, ja, ja. Eigentlich brauch' ich mal kurz, ja? Und Schuss. Aber sonst ist das Bug okay gewesen. Der erinnert mich voll an den Henker aus Resident Evil. Von Resident Evil. Oder wie sagt, ähm... Meine Mutter, Resident Evil. Ich glaub, wir kommen auch nur von vornherein. Also von unten. Ja, ich brauch' dich kurz. Danke, Schiff. Ähm... Können nicht die Tür schließen? Nee, was macht das nicht für diesen... So, ähm... Hey, Leike. Wunderwunderwunderwunderwunderwunderschöne Frau. So, hier haben wir auch alles. Moment, ich hab' da davon... Also, einmal... Ja, ja, ja. Oberhalb. Im ersten Stock. Im ersten Stock. Mein Block, mein Block. Und hier. Ach, Alarm haben wir ja ausgeschaltet. What the fuck? Ah! Nur Tits. Okay. Das lesen wir nicht. Und dann, wir lesen das am... Ende. So, wie ich auch mal, glaub' ich, ähm... Voicemails gefunden hab. Die lese ich auch am Ende. So, es wird Zeit, die... Sich... Ähm... Wir sollten mal hier gucken. So, zack. Es fehlen uns nur noch... Zwei Briefe. Zwei Stück. Können wir das hier zu machen? Nein, warum nicht? Steh ich nicht. Ähm... Moment. Moment. Oben waren ja auch noch Briefe, ne? Und ich krieg wieder Hummel. Haben wir heute Nudeln... Nee, gestern hab' ich mir Nudeln mit, ähm... Veganer Käsesoße gemacht. Hier ist noch eine. Ja, okay. Und Paprika und, äh... Tofu-Bällchen. Und, ähm... Hier ist da noch eine. Bleibt. Okay. Irgendwo, glaub' ich, hier in den... Büch... Buch. Bücherbuch. Buch. Uns fehlt nur noch eine Scheiß... EIN Scheißbriefe. Schade, dass ich ihn hier nicht einfach losschneiden kann, ne? In der Nähe gibt's auch das, ähm... Wenn man's mit Doktor... Ach immer, wenn man immer das letzte Teil so... Ne, ich hasse das, ich hasse das so sehen. Oder hab' ich alle Briefe? Natürlich nicht. Die sind doch meistens, glaub' ich, auf dem Boden, ne? Ach, Mann, ooooh. Doch, zwei Folgen werde ich machen, ja. Da! Okay, gut. Na, das hab' ich geschafft. Uns fehlen nur noch, wievieler? Äh... Fünf... Fünf Stück. Äh... Ähm... Äh, nee, 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 nee. Zuerst können wir ja das mit den Doktoren machen, ne? Äh... Einmal rauslaufen, bitte. Wo bist du? Hier. Ich nimm mal kurz deine Tarnung, ne? Dankeschön. Okay, hier irgendwo war ja ein offener, ähm, ich glaub' hier. So. So. Hier hab' ich auf jeden Fall welche vergessen. Hier ist eine. Ähm, da. Okay. Notiz des Arztes, super. Dann fehlt uns nur noch... Äh... Hä? Äh... Vier Stück. Hä? So. Das war in diesem einen Haus bei dem alten Sack, der wäre Attila, glaub' ich, ne? Der auch gestorben ist. Gab es sonst noch welches in der Stadt? In der Stadt... Da, 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 da. Okay. Ähm. Das ist ja in der Nähe, dann könnte ich das da abstichen. Äh, äh, abstichen. Abstockern. Hm, da. Ne, Moment, das ist der Leuchtturm, da möchte ich ja nicht... Äh, war das hier? Ich glaub' schon, ne? Ja, hier war das. Na gut, auf zum Auto, ne? Da, 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 da. Ich freu' mich, wenn ich das Spiel beendet hab'. Die, die Rekruierungspakete mach' ich nicht. Weil, wie euch, wie euch ich erzählt hab', ähm... Das ist besser, wenn man das online macht, wo wir spiele das ja nicht online, da sind mir das gar nichts. Und, ähm, davon kriegt man, weiß ich nicht, davon kriegt man, äh, ein Kostüm und das war's. Das find' ich jetzt auch nicht so... Das sammeln nicht jeden Scheiß für Kostüme und das bringt auch gar nichts. Ach, da schalten wir mal aus. Hm, was wollt ihr sagen? Und den geht zwar besser... Aber den ist auch nicht so, dass ich so denke, jähn. Hat ihr ja Kopfschmerzen? Ne, ich hab' immer noch Kopfschmerzen, die zwar mittelschwere... Ist auch nicht so stark. Wenn ich dann das mit den, ähm, Notizen mache, schau' ich mir noch, äh, im Internet an, wegen dem... Irgendwas mit den Rennen, weil das kann nicht sein, weil da ist nur noch eine Nebenquest, welche ich nicht hab'. Ich weiß auch nicht, wie man die bekommt und vielleicht ist das mit den Rennenherausforderungen... ...spätestens irgendwie zusammen. Woohhhooh. Er war gut. So, äh. Hier rum die Dumme. Fahr ich nen komplett anderen Weg? Ne, der ist richtig. Und dann gehen wir überhaupt durch? Nein. Wenn ich eigentlich nicht aussteigen, also gucken wir mal und dann wieder raus. Nein. 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 Eigentlich ist er so einfach mit dem Hauptspiel, wird ein bisschen schwierig. Jedoch hoffe ich, dass ich das hier hinkriege. Hinkriege? Hinkriege. Aha. Okay. Also. Ich soll eine Bücherregale angucken. Moment. Ich schau kurz, was da steht. Ähm. Äh. Das habe ich hier. Äh. 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 das ist unten oder doch oben das war das als Ceremonie Maske, die ich nicht brauche. Das ist auch ein Nämlichstrotz. Geschäfte, geschäfte, geschäfte. Ich glaube hier in der Toilette ist nichts. Was war das? Ah, keine Lackierung oder so. Habt ihr eine spezielle Lackierung wiederbekommen, oder nicht? Irgend in der Nähe eines blauen Stuhls. Stuhl ist blau, blau. Ein blauer Stuhl. Ich habe gemerkt beim Schwimmen, also dieses Klonen, das ist so ekelhaft. Das geht voll in die Augen. Nicht nur in die Augen, sondern auch im Hals und dem Rache. Also falls ich mich etwas komisch anhöre, dann nix an Klon. Ah, 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 nur jetzt. Teil 2. Was ist das doch, oder nicht? Ja. Wo gibt es hier einen blauen Stuhl? Finde ich blöd. Da, bestimmt. Dankeschön. Hier vielleicht, nein. Hier vielleicht. Ja. Äh, hab ich schon. Das habe ich auch. Oberhalb. Da, 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 da. Äh. Wo ging es nochmal hoch? Ähm, hier. Tschu. Äh, hier. Das habe ich auch schon. In der Nähe. Bücher, Regal, Moment. Dämpfele? Ja. Ja, der will. In der Nähe von das hier. Das habe ich ja auch schon. Okay. Das habe ich ja auch. Das habe ich ja nachgeguckt. Also. Hier. Äh, da. Hier sollte das sein. Okay. Das nächste. Wo ist denn das? Ach, oberhalb. Habe ich da noch nicht alle? So, zack. Aha. Wo war heim? Hm, 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 hm. In der Nähe vom PC. PC, 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 PC. Gibt es hier noch einen? Ne. Das war dann hier, oder nicht? Ich mache mal kurz Hülle. Ja. Ja, das haben wir auch. Das haben wir heute. Da, wo der, ähm, in der Laterne ist. So, hier. Ne. Das sind Laterne auf dem Schrank drauf. Laterne auf dem Schrank drauf. So. Ja. Gut, das haben wir auch. Alles klar, dann geht's jetzt, ähm, in der Nähe einer Tankstelle. In der Nähe einer Tankstelle. Die Tankstelle, die welche ich suche, ist bestimmt, hier. Hier, jawohl. Da. Das ist die Tankstelle, jep. Was gibt's denn, äh, hier war das, glaub ich. Da steht er. Weiter. Äh. 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 Okay. Äh. Äh. Raus hier. Hier habe ich wohl alles gesammelt. Wirklich alles. Offen wir mal. Offen kann, die Adele. Ähm. Später schau ich, ach, später schau ich nur noch Indiana Jones. Das rate Schicksals an. Ich werde ein Meinungsvideo machen, auch wenn das etwas später wird. Wurde. Wie bei den anderen, äh, ne. Wie bei Transformers. Die Rache der, Aufstieg der Beste, nicht die Rache der Beste. Äh, nicht Aufstieg der Beste. Äh, nicht Aufstieg der Beste, nicht Aufstieg der Beste, nicht Aufstieg der Beste. Hier. Äh. Und hier habe ich was vergessen. Oh, der, der fickt da ernst. So, was, wir machen das so. Hier, wirklich, hier? Äh. Scheiße. Scheiße. Warum ist das so fucking her? water. Vielen Dank. Ich habe es mal gedacht. Wo? In der Nähe? Fuck, wo ist denn was? Wir sind zurück. Wir sind zurück. Oberhalb, ne? Hier? Ja, das sieht gut aus. Nein, das ist falsch. Das hier vielleicht? Ja. Das und dann weiter nach rechts. Hier. Militärische Außenposten. Ja. Tja, bin ich ein bisschen weiter gefahren. Weil hier war ja die Keycard. Militärische. Was sehe ich noch in der Nacht? Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ja, manchmal vergisst man Sachen wieder. Man übersieht sie. Ist ja nicht schlimm. Übersieht sie. Übersieht. Ja. 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 Das war's. Was ist das da wieder? Das war's. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hast du dich erschreckt, Like, oder was war das? Hier ist auch heu. Nein. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. saab aber die man so Das war's. Oh, wenn er nicht in den Weg steht, steht er nicht. Das ist nicht die KMH steht. Ich glaube, bei einem bestimmten Meet Burnout-Teil. Es stand auch kein KMH mehr. Ich glaube, bei Burnout Paradise, oder? Ich habe ein paar Gameplays gesehen. Burnout 2, Burnout 3, Burnout Takedown, Burnout Revenge und Dominion. Wie komme ich da rein? Gar nicht. Oh, wie ist das? Oh, okay. Achill. 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 Chiss! habe ich auch schon sehr gut 5 Minuten habe ich noch Nein Ja, hab ich schon. Aktion Nummer 32. Da hab ich 32 Schotten. Ach so, dort. Aber ich glaub ich hab das schon. Steht da? Doktor. Ja. Okay. Zwei, vier, wenn du noch. Zwei, zwei, zwei. In der Nähe ist ein, äh, Altar, hier. Nein. Scheiße. Hier. Nein. Hey. Mich würde interessieren, was diese Scheißsterne zu bedeuten haben. Ach so, Schwierigkeit bestimmt. Äh, hier. Okay. Nein. Das ist falsch. Fuck. Äh, Pflanze, Pflanze, Pflanze. Pflanze hier oben. Pflanze hier oben. Ja. Hier. Scheiße. Reicht das von der Zeit her? Ich glaub nicht. Wie doch raus im Moment. Was war das? Da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. mutter Oh, na gut Dann sag ich mal Bis zur nächsten Folge von Die Verfolgung der Verwesen überrissende Sterbende nichts Das wird Folge 142 Und ne, Maka, Folge 79 Tschüss Hobbit Meine kleinen großen Motherfucker Euer Solle Kasper Tata